Okay, ich bin der Severin Halder. Ich bin dafür, dass wir das Asylrecht schützen, weil in dem Moment, wo ganz, ganz viele Leute dieses Recht einfordern und sich wünschen, ist es total wichtig, dass genau diese Rechte eben geschützt werden, die die Menschen brauchen. Ich bin dafür, dass wir Rechte erkämpfen. Allgemein müssen wir viele Rechte erkämpfen. Ich persönlich finde es sehr wichtig, dass wir das Recht auf Gemeingut erkämpfen, auf Stadtnatur in meinem Fall, auf Gemeinschaftsgärten, auf Selbstversorgung, dass man sich auch abseits der kapitalistischen Versorgung selber versorgen kann. Und abschaffen die ganze kapitalistische Zerstörung unseres Planeten ökologischer oder sozialer Natur.